Super Zeit für den Bretten mit 3.15 Bar. Also nur zwei Sekündchen langsamer, drittschnellste Zeit. Wird im Moment gehalten von dem französischen Junior Sébastien Auger. 3.16 Bar. Für Sébastien Löw mit einer 3.19. Danach ebenfalls eine 3.19 für Dani Sordo. So, ja dann geht es weiter mit Patrick auf das 1.19 für die Sordo. 3.20. Und dann warten wir jetzt noch auf Fiji Anderson und Patrick Sandell und Martin Brokow. Er wird die nächste Gruppe eröffnen. Und wie gesagt, bei den beiden, da geht es nur um Sekündchen. Also die müssen wir richtig reinhauen. Und freuen wir uns drauf.